Alles zu Fuß. Die Zwei-Zimmer-Maisonett-Wohnung der kurzen Wege in der Pforzheimer Nordstadt. In einem gepflegten Anwesen mit Hausmeisterbetreuung. Großes, helles, lichtdurchflutetes Wohnzimmer mit Galeriebereich. Ausblick auf die angrenzende Grünfläche. Die Einbauküche kann vom Mieter übernommen werden und hat einen praktischen bauseitigen Dunstabzug. Der Reiz der Wohnung liegt in dem offenen Galeriebereich. Über die Treppe gelangt man zum modernen Schlafgaleriebereich. Das Schlafzimmer hat eine schöne Aussicht in die angrenzende Grünzone. Direkt vom Schlafzimmer gelangt man in das Bad mit Tageslicht, Badewanne, Wand hängendem WC unter, Putzspielkasten, Waschbecken, Stellmöglichkeit für die Waschmaschine und optional auch den Wäschetrockner. In fünf Minuten sind Sie bequem am Bahnhof und auch in der Innenstadt und auch mit dem Auto an den Autobahnanschlussstellen Pforzheim West und Nord. Gerne bin ich für Sie erreichbar. Am besten Sie rufen mich gleich mobil an unter 0171 507 3 mal die 4 und die 7.